hallo leute und willkommen zu diesem kurzen video es gibt was neues für alle besitzer der apple watch 4 das ekg feature wurde endlich freigeschaltet auch hier für uns in deutschland und ich habe es noch nicht ausprobiert wir testen das jetzt gleich mal voraussetzung für dieses update ist dass euer iphone auf 12.2 läuft dann könnt ihr über die apple watch app hier das neueste software update runterladen und damit das ekg feature bekommen also ich bin sehr gespannt und wir legen direkt los ich habe eben schon mal gespickt hier in den einstellungen bei den apps dort finden wir hier die kleine ekg app ich öffne die mal und wir bekommen einen splash screen für die konfiguration von ekg öffne die herz app auf deinem iphone ok also app geöffnet du kannst auf der apple watch ein ekg aufzeichnen die ekg app zeichnet deinen herzschlag mit hilfe der digital crown also der kleinen drehbaren krone hier auf da muss man das fingerchen drauf halten anschließend prüft die app ob die aufzeichnung vorhof flimmer episoden enthält eine art herz rhythmusstörung ja da hoffe ich doch mal dass wir das nicht finden ich gehe mal hier auf ekg einrichten und hier bekommen wir nun erklärt wie das ganze funktioniert dein herz rhythmus kann deine allgemeine gesundheit beeinflussen die ekg app zeichnet mit hilfe der digital crown der apple watch den herzschlag auf nach der aufzeichnung sucht die app nach vorhofflimmern einer art rhythmusstörung gibt ein geburtsdatum ein um fortzufahren ok dann gibt es noch die erklärung ja wie funktioniert denn das hier eigentlich also die ekg app zeichnet ein elektrokardiogramm ekg auf das die elektrischen impulse darstellt die dein herz zum schlagen bringen die app prüft diese impulse um deine herzfrequenz zu messen und festzustellen ob die obere oder untere herzkammer denselben rhythmus haben ist dies nicht der fall liegt vorhofflimmern vor ok gehen wir weiter mögliche ergebnisse hier wird aber echt viel erklärt hier sinus rhythmus vorhofflimmern niedrige oder hohe herzfrequenz uneindeutig ja also das lese ich mir jetzt hier nicht alles genau durch dafür bin ich jetzt heute abend zu faul könnt ja selbst mal durchlesen wenn ihr es dann testet ich gehe auf fortfahren was du wissen solltest herzinfarkte können nicht festgestellt werden solltest du schmerzen druck unten ok blutgerinnsel oder schlaganfälle können nicht festgestellt werden andere herzleiden können nicht festgestellt werden also der merkt wirklich nur ja wenn es da unten ein bisschen rum flimmert oder ja da innen drin bei euch also ok habe ich verstanden dein erstes ekg aufzeichnen die aufzeichnung eines ekgs dauert in der regel 30 sekunden öffne die ekg app auf der apple watch lege deine arme auf den tisch oder in den schoß und halte deinen finger auf die digital crown und die apple watch muss eng am handgelenk anliegen sehr schön ok habe ich soweit durch gehen wir auf überspringen ach ne moment ich lasse es einfach mal liegen man wie funktioniert das denn ok für ein genaues ekg muss die apple watch eng am nach siri mit dir habe ich aber jetzt gar nicht geredet das ist ja hier 1a vorführeffekt also ich starte noch mal hier die app also für ein genaues ekg muss die apple watch eng an dem handgelenk anlegen das aktuell in den einstellungen ausgewählt ist das heißt das linke handgelenk passt soweit und dann lege deinen finger auf die krone auf also schon mal eine sehr schöne animation ich lege mal hier den finger noch mal auf und jetzt wird hier gemessen also arme soll man nicht bewegen ich weiß nicht ob man auch viel reden soll dabei ja hier bekommt man noch lauter hinweise was nicht festgestellt wird ob ich jetzt einen herzinfarkt hier vor der kamera habe das kann zum beispiel nicht festgestellt werden merkt ihr dann wenn ich hier gleich weg kippe und komische geräusche nur noch mache dann ja gut bis ihr das seht es eh zu spät also fünf vier gleich ist das ganze schon vorbei ich muss sagen von der animation fällt mir das echt gut man spürt dabei auch gar nichts dann haben wir einen sinus rhythmus festgestellt mit 64 schlägen dieses ekg weiß keine anzeichen von vorhofflimmern auf halleluja und dann gibt es noch mal den hinweis dass hier sonst nichts festgestellt werden kann wenn man sich komisch fühlt dann soll man doch den arzt aufsuchen fühlst du dich unwohl eigentlich nicht wenn doch könnte ich hier noch symptome hinzufügen was ist denn das ok guckt euch das mal an das ist echt ausführlicher als ich gedacht habe da kann man echt noch lauter symptome hinzufügen nett ich gehe mal auf fertig und das war es gewesen ist ja echt super einfach also app starten schöne animation genießen finger auflegen und dann geht das los mit dem ekg also leute wenn ihr es noch nicht gemacht habt macht auf jeden fall das update wenn ihr die apple watch der vierten generation habt also erst das iphone auf ios 2.2 dann in der apple watch app das software update aufspielen und dann habt ihr auch dieses neue coole feature endlich hier bei uns in deutschland verfügbar also ich finde es klasse und ja ich finde das immer gut wenn man hier noch ein bisschen mehr schauen kann besonders interessant für leute die manchmal probleme haben mit dem herzen und wenn man beim arzt ist dann ist dann doch wieder alles okay ja so der vorführeffekt quasi und so kann man das hier schon mal aufzeichnen in dem moment wo man sich unwohl fühlt dafür ist das eine ganz ganz tolle sache so das soll es auch schon gewesen sein freunde das kurze update hier zur ekg funktion der apple watch ich bedanke mich fürs zusehen und sage gute nacht halb zehn zeit für ins bett